Hallöchen ihr Lieben! Willkommen zurück auf meinem Kanal mit einer Demo! Ja, wir haben das der lieben Nina zu verdanken. Sie hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es aktuell eine Demo gibt, die sehr schön aussieht. Ich muss leider sagen, also wir haben den 6. Oktober, ist jetzt ein bisschen im Voraus aufgenommen. Ich muss leider sagen, dass ich die ersten 3-4 Tage im Oktober krankheitsbedingt nicht am PC war und ich diese Demo-Aktion auf Steam mal wieder gar nicht mitbekommen habe. Und da diese aber nur noch bis morgen geht, muss ich jetzt aufnehmen. Weil morgen, ich weiß nicht, wer von euch das weiß, morgen ist der 7. Oktober, das heißt Far Cry 6 wird released und da werde ich Far Cry 6 spielen und keine Demos. Ja, wir spielen aber heute quasi die Demo zu Robin Hood Sherwood Builders. Ich will gar nicht so viel zu sagen, wir springen einfach mal in das Spiel und ich werde übrigens am Stück einfach aufnehmen und schneide im Nachhinein dann Folgen, wenn ich weiß, wie lange die Demo überhaupt geht. Weil es ist immer ein bisschen problematisch, wenn ich sage, okay, ich mache Folgen von 20 Minuten Länge und dann ist die letzte Folge 5 Minuten. Das wäre doof. Weil ich das ja vorher nicht weiß, ne? So, also, wir fangen jetzt an und spielen die Demo Robin Hood Sherwood Builders. Ja, ich hoffe, tontechnisch passt das alles. Wir können es übrigens nicht auf Deutsch stellen. Zumindest habe ich keine Einstellung gefunden. So, also, los geht's. Musik Black Henry's ruthlessness knows no end. The former commander of the armies of the fallen King Richard the Lionheart now sheds blood in the name of paying taxes owed to King John. The stigma of suffering hands over an oppressed people, the evil and destruction shown by Henry is compounded by the rule of the murderous sheriff of Nottingham. Together they plan another plot to end the life of the last of the Loxley family for Robin. Oh, es hat kurz geruckelt, aber ich glaube, es hat sich gefangen. Äh, wir sind Robin Hood, gehe ich mal von aus. Ich kann uns leider nicht von vorne angucken. Das ist wie bei DVD. Wir können uns nicht selber von vorne angucken. Aber unsere erste Quest ist Reunion. Talk to Tuck. Wir müssen mit Tuck sprechen. Ich möchte aber erst mal kurz rumlaufen. Tuck müsste da irgendwo sein, laut Kompass. Oh, das sieht schon echt schön aus. Ich habe übrigens die Grafikeinstellungen auf hoch. Ich habe sie nicht auf episch gemacht. Da ich glaube, ein Großteil vieler Spieler können Spiele nicht auf episch spielen, weil es einfach die Grafikkarte nicht hergibt. Ich könnte es auf episch spielen, aber ich spiele generell Spiele doch trotzdem eher auf hoher Grafik. Ich weiß nicht warum, aber so ist es. Ja. Ist schön. Ist wirklich schön, schön, schön. Wir gehen mal ins Dorf. Nur mit denen reden? Ich glaube nicht. Das Wasser sieht auch schön aus. Im Wasser kann man sogar einstellen, ob man Transparenz möchte oder nicht. Für alle, die Bedenken haben, was die Grafikkarte, die Leistung der eigenen Grafikkarte angeht. Man kann hier wirklich vieles einstellen und es der Grafikkarte einfacher machen. Okay, ich kann nur Sachen aufheben, die orange hinterlegt sind. Gegebenenfalls mache ich hier gerade schon die Questaufgabe. Ihr kennt das doch in solchen Spielen. Die ersten Quests sind immer erst mal sammle dies und sammle das. Aber ich will sagen, wir gehen mal zu Tuck, weil ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben in der Demo oder ob die an Missionen festgemacht ist. Hallo, Tuck. Soll ich dich das eigentlich übersetzen? Also Tuck sagt jetzt nur, dass wir ganz schlimm aussehen und ob wir mit einem Bär gekämpft haben und was für Ärger wir hatten in der letzten Zeit. Und wir sagen nur, frag lieber nicht. Wir sollen uns ausruhen. Wir sollen uns ausruhen. Es gibt keine Arbeit, die nicht bis morgen warten kann. Das ist das Inventar. Und drücke, ich weiß nicht, soll das ein I sein? Stimmt für Inventory. Ja, also wenn wir I drücken, kommen wir in unser Inventar. Tatsache. Wir haben was zu essen, wir haben was zu... Ich weiß, wie man Sachen in den Quick Slot kommt. Das sind unsere Missionen. Oh, wow. Das ist der Skillbaum, Leute. Das gefällt mir. Oh, wir können ganz viel skillen. kostet eins. Aber ich glaube, wir haben available skill points. Aber wir machen das mal noch nicht, weil ich gehe von aus, es kommt im Tutorial sowieso dran. Und die Map ist auch ganz, ganz gut groß, würde ich sagen. Aber wie trinken wir? Müssen wir das doch... So. Wir haben jetzt Wasser in der Hand. Ah, linke Maustaste ist Essen. Okay, ach, das ist gar nicht unser Haus. Also wir haben auf jeden Fall gegessen und getrunken. Wahrscheinlich müssen wir das dann immer dafür hier oben reinpacken. Ich glaube, als nächstes müssen wir uns einen Bogen machen. Dann müssen wir jagen gehen. Ja! So, wo ist denn unser Haus? Das? Nee. Äh. Wir können hier, glaube ich, unsere Flaschen füllen. Jetzt haben wir wieder eine Flasche Wasser. Aber wo kann ich meine Quick Bar schnell einsehen? Ich weiß ja nicht immer automatisch, wo ich jetzt... auf welchem Quick-Dings-Boom-Slot ich jetzt mein Wasser habe. Entschuldigung. Boah, ist alles meine. Boah. 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 Schlaf ist wichtig. Da speichern wir das Spiel und regeneriert unsere Gesundheit. Laternen und Eulen markieren Plätze zum Schlafen. Gut, dass wir in meinem Haus eine Eule haben. Kann ich nicht mitnehmen. Ah, Tab-Taste ist Quick-Menü. Also Quick-Schnellwahl. Ihr wisst schon, was ich meine. Green Potion. Wunden schneller heilen. Und das füllt unsere Nahrungsbalken und gibt Energie. Ich hoffe, so einfache, grobe Übersetzungen reichen euch. Ach so. Das heißt... So. Der Spielstand heißt Demo. Wir sollen wieder mit Tag sprechen. Eine Pick-Axe. In der Hand. Oh, ist das ein Rüstungs... Oh. Das ist dieser Teil, den ich sehr interessant finde an diesem Spiel. Wir haben auch eine Art Aufbausimulator. Also wir können unser Dorf erweitern und ich meine verbessern. Ja, das Dorf muss wachsen. Vorher müssen wir aber rein theoretisch das Holz abholzen. Wie kann ich hier... Oh. Wir müssen erst für Essen sorgen. Wir brauchen drei Essen, um den Baum abzuholzen. Uhuhu. Das ist ja cool. So, und was haben wir hier? Du hast Essen. Ja, das ist ein Händler. Nicht nur für Essen, denke ich mal. Im Gegenzug für Gold können wir Sachen kaufen. Hallo? Boah. Loot. Wir können looten und wir können wahrscheinlich auch überladen sein. Wir haben bloß 15... Nee, 18 Slots. Item Drop. Wir haben Salz und Brot und Chicken und Holz. Holz brauchen wir für den Bogen. Ich gehe von aus, wie gesagt, dass wir uns gleich einen Bogen machen müssen. Ich beklau erst mal meine Mitmenschen. Macht man so. Das gehört zum guten Ton. Ich habe auch am Bett immer Chicken und Käse. Looten gefällt mir schon mal. Das ist doch schön. Wo haben wir es? Wir haben es. Samina? Warum hat er gerade aufgehört zu rennen? Er kann einfach nicht seitlich rennen, glaube ich. Ah. Kann er euch streicheln? Seid ja süß. So. Ich weiß nicht, ob mein OBS gerade rumgemeckert hat wegen Fremdrops. Ich weiß es nicht. So. Jetzt gehen wir hier so hin. Da ist, glaube ich, nichts zum guten drin. So. Das ist der Ort, wo wir rein theoretisch bauen könnten. Wir gehen zu Tag. Ah, der Morgenbreeze ist sicher wunderbar heute. Und schau dir, Freund. Ein Nachtsdurchsdurch hat dir wirklich einen favorit gemacht. Sind Sie noch voll wohnen? Ich sehe, vertrauter Bogen ist missing. Er fragt, ob wir uns fit genug fühlen, ob wir quasi gut geschlafen haben und unser Bogen fehlt doch. Ich habe es nicht vergessen, Bruder Tuck. Und es tut mir, das zu sagen, aber ich habe es auf meinem Weg nach Hause. Er hat seinen Bogen verloren und Lady Marian. Wo ich gerade überlege, ist das eventuell sein Pferd? Man verliert ja nicht einfach so eine Frau. Also zumindest kann er die beiden Sachen nicht mehr finden. Okay, wir sollen Holz hacken für neuen Bogen und Pfeile. Okay, Lady Marian sucht Kräuter. Verzeihung. Ja, er hat uns jetzt den Bogen das Bogen Seil wie heißt das? Den Faden gegeben und wir sollen uns jetzt nur noch ums Holz kümmern. Okay, wenn der Bogen fertig ist, sollen wir zu ihm zurück, denn er hat gegebenenfalls ein paar neue Tasks für uns. Was ist das da jetzt oben? Guck mal, wir haben im Kompass haben wir zwei Marker. Sollen wir hier jetzt ganz viele Steine sollen wir jetzt hier zu dem Baum? Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, wir können das nicht hacken, oder? Wir können das vom Boden aufheben. Das ist ein Destior. Wir können nicht ausreiten. Gather Wood. Es heißt ja Holz sammeln. Also ich glaube, ich kann kein Holz hacken. Aber wofür stehen die Questmarker? Können wir das hier klauen? Ich habe das hier schon geklaut. Sollen wir das hier klauen? Ich habe das hier schon geklaut. Wir haben aber erst neun von 15 Holz. Wir haben nochmal Loot gefunden. Okay. jetzt haben wir es. Crafting! Okay. Hä, was? Crafting? Oder muss ich hier rein? So, wir machen uns einen Bogen. Wir haben einen Bowstring und zehnmal Holz. Okay. Okay. Da ist direkt reingezoomt. Oh, können wir die Sichel? Oh. Abel. Ach, Craft Arrows. Äh. Fünf Holz für 20, ne? Oh, okay. jetzt können wir jetzt können wir skillen. Wir können uns jetzt was aussuchen. Wir haben sieben Skill-Punkte. Grün heißt, haben wir schon, ne? Grün heißt, glaube ich, das können wir nehmen. Wir können tatsächlich unser Inventar erweitern, beziehungsweise das Gewicht, das wir tragen können. So. Wenn ich das Spiel jetzt richtig spielen würde, würde ich mir wahrscheinlich mehr Gedanken machen, wie ich hier was einsetze. Ähm. oder wie ich was verbessere. Aber es ist ja erstmal nur eine Demo. Ich gehe von aus, wenn wir das Spiel richtig spielen würden, würden wir neu anfangen. Aber es macht schon, also es sieht sehr schön aus, das Spiel. Sehr, sehr schön. Ja, unser neuer Bogen sieht viel schöner aus als der alte. Ist ein schönes Gefühl, wieder einen Bogen bei der Hand zu haben. Wie wäre es, wenn wir ein paar gute Dienste für unsere Gemeinschaft leisten? Wir sollen ein paar Rehe schießen gehen. Oh yeah. Boah, wir müssen 30 Fleisch? Boah. Wir gehen jagen. Auf welchem Quickdingsbums? Auf der 3. Ich weiß nicht, ob das hilft, wenn wir kriechen.